Hier ist er einmal raus. So, wenn wir da, müssen wir da hoch werden. Ja, verpasst du den Nächsten. Ist das okay? Ich schließe es, weil wir da gerne wieder hoch sind. Ich finde es geht. So, du bist okay. Wir müssen ein bisschen drauf gucken und dann noch ein Problem da ist. Könntest du dir ein großes Feature zu machen? Ich weiss nicht, ist das gut? Ja, ich weiss nicht. Ich vertausche die Rollen. Genau, ich muss das große reingehen. Versteht das? Ich muss die Knochen klicken. Das dick ist drüber. Was kann ich denn tun? Das ist echt aus der perfekten Linke drauf. Aber das ist ja gut. Ja? Ja? Ja, ich bin echt schnell zufrieden. Ja, jetzt funktioniert das. Ja, jetzt ist es der Wetter. Ja, das ist ja wunderbar. Danke, danke. Wenn ich genau so halte. Genau so ist es. Ich komme auf den Schrauben, Vielen Dank.